So, aber die... Ach nee, wir können ja hier gleich mal, wir machen das mal in der Küche, hier gleich wieder Quarz machen. Das bleibt mal übrig. So, packen wir da drauf. Und die hier noch. Und da geht auch noch ein bisschen was raus. So, da haben wir jede Menge Quarz bekommen. Und das da. Äh, Moment, das... Da ging jetzt irgendwas schief. Das geht auch... Das reicht auch noch, geht genau auf. So, schön. Dann machen wir das hier und das drauf. Ja, können wir wieder ein bisschen was hinlegen. Das, den Rest... Achso, ja, genau, jetzt hier. Oh, ich glaube, ich sollte mir noch mal eine Schere holen. Okay, wir gehen ins Lager. Und holen noch mal eine Schere. Wenn ich eine finde... Oh ja, doch, guck mal hier. Jede Menge Scheren da. Ja, mal da hin. So. Ich heiße diese Tür. Kann man da irgendwas machen, dass sich das... Dass das nicht mehr so ist? Hm. Ich wüsste jetzt nicht was. Außer den Eingang verschmälern. Na, und nur eine Tür machen. Das kann ich auf jeden Fall machen. Das will ich aber nicht. Wie lässt die andere Schere kaputt machen? Ähm, ja. Oder genau Zielen lernen. Das wäre natürlich auch was. Naja, jetzt schauen wir mal, was wir so an Schafen kriegen. Beziehungsweise an Wolle. Hier sehe ich schon mal blau. Da auch noch. Ja, weiße Wolle. Wir brauchen mehr weiße Wolle. Aber wie dem auch sei, wir kriegen irgendwann mal genug weiße Wolle. Wenn wir erstmal genug blaue Wolle haben, ist das ja auch schon mal was. So. Da noch. Boah, jetzt ist es mir abgehauen. Ha, jetzt aber. So, da haben wir nochmal. Hellblau. Hm. Da nochmal hellblau. Da nochmal dunkelblau. Sehr schön. Und die Eier sammeln sich ja auch alle an. In meinem Inventar. Komm, die haue ich jetzt mal raus. Hier zwölf Stück. Ein Hühlchen war dabei. Das ist ganz verstört, jetzt rumläuft. Ja, das hat das nächste Ei abgekriegt. Da hat es einfach mal Pech gehabt. Es musste schnell gehen. So, da habe ich noch zwei Schafe gesehen. Es sind sogar drei. Da eins. Da eins. Und da eins. Da vorne läuft schon das nächste in weiß. Und ein blaues sehe ich auch gleich. So, da ist noch ein weißes. Ähm. Hm. Da ein weißes. Ja, genau. Ich schaue mal da durch den Wald. Ob da jetzt weiße sind. Oder wie viele. Hm. Ja, da ein hellblaues. Das da könnte ein weißes sein. Das da ist bestimmt ein weißes. Ach, die Sonne ist ja schon wieder am untergehen. Ja, genau. Na, okay. Dann bleiben wir noch ein bisschen hier. Ist das... Das ist draußen. Ist das von da drüben hier das Schaf? Nee, da ist ein anderes. Da steht das. Boah, ich kann ja auch nicht. Das ist irgendwie nach draußen. Das will ich wahrscheinlich gerne rein, aber... Äh, wenn ich jetzt hier das, das Tor aufmache, dann laufen alle raus und das eine, das läuft nicht rein. So sieht das aus bei den Schafen. Irgendwie meine ich, dass die drauf getrimmt sind. Also drauf programmiert sind, dass sie da zu diesen, ähm, zu diesen Toren laufen. Damit der, der Spieler dann Schwierigkeiten hat, sie wieder einzufangen. Finde ich eigentlich ganz nett. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber irgendwie, irgendwie scheint das so zu sein. Gatter ziehen Schafe magisch an. Das könnte ein graues wieder sein. Weiß ich jetzt nicht. So, und damit wird es Nacht. Das ist jetzt bestimmt ein weißes hier. Das könnte noch ein hellblaues sein. Haha. Oh, da ist ja schon wieder was. Ah, da schießt was auf mich. Ja, okay. Ich laufe einfach davon. So, wir übernachten wieder in, in, in der Weidenhütte. Und morgen, obwohl wir uns eigentlich gleich hin teleportieren könnten. Stimmt, das ist ja Nacht. Nee, aber ich will jetzt erst was futtern. Hier wollen wir mal. Du bist bestimmt ein weißes Schaf. Ah ja, das geht von alleine zu. So, jetzt erst was essen. Und ich hab 14 Eier eingesammelt. Komm, die schmeißen wir jetzt noch raus. Achso, das war's schon. Ja, ob da jetzt ein Hühnchen rauskam, weiß ich nicht. Okay, gut, wir gehen in den Untergrund zum Wartungsgang. Jetzt müssen wir erstmal ein ganzes Stück laufen. Wäre es denn da vielleicht sinnvoll, das hier anders anzuordnen? Und da weiße Wolle. Okay, so, das packen wir da hin. 21 Graue Wolle. Also ich glaube, ich hab da schon viele, viele hellgraue Schafe. Ach, genau das wollte ich ja machen. Ja, stimmt. Okay, ähm. Machen wir das nach, ja? Oh, wo setz ich jetzt die Wolle hin? Nee, nee, ich will da Schere noch machen. So, okay. Okay, das hätten wir auch. Dann haben wir noch fünfmal, was wir wollen. Also, daran denken, ich brauche Stein. So. Dann machen wir hier weiter. Machen wir damit weiter mit der dunkelblauen Wolle. Ich stehe zu weit weg. Ja, gut, kann ich jetzt mal die nehmen und dann die beiden zusammenbauen hier. Okay. Haben wir da diese drei. So, dann kommt die hellblaue Wolle dran. Wird doch wohl reichen. Ja, das reicht. Da vorne war noch eine Lücke irgendwo. Ja, ein paar haben wir noch. Ich hab ja von vorne auch schon ein bisschen angefangen. Aber bis wir da vorne sind, ja, das dauert noch. So, dann machen wir hier weiter. Damals da an der Palette und danach noch eine knappe halbe. Ja, gut, eigentlich eher ein Drittel. Oh, was war das denn? Ich bin dann in die Lücke gefallen. Hab ich Erde mit? Ja. Ach, ich kann ja auch... Ich hab ja Erde mit. Ich kann das ja auch mit Erde voll machen. Dann mach ich das doch mal mit Erde voll. Ja. Nee, 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 nee. Ich will doch... Ich will doch da hoch. So, kann ich jetzt hier irgendwie... ...was sehen? Ich werde hier wieder weggespült. So, jetzt ist das Wasser versiegt. Das ist mir natürlich am liebsten. Aha, hier ist das. Ah, okay. So, ich will das einfach mal komplett mit... ...komplett mit Erde auf... ...ja, wie auch immer das entstanden ist. Okay, ich fühl nichts mehr mit Erde auf. Ich geh einfach wieder... Ich lasse das. Da war noch mehr. Okay, da war noch mehr. So, Fackel wieder weg. Moment, ich muss jetzt hier auf den Boden mal wieder... ...was hinsetzen. So, dann sehe ich auch wieder was. Puh, okay. Ja, weiße Wolle habe ich jetzt natürlich nicht mit. Dann... ...ja, kommt beim nächsten Mal da weiße Wolle hin. So, das Wasser... Linksbums wäre ja erledigt. Machen wir hier weiter. Nein, verkehrt. Nein, so. Äh, da. Aha, da ist auch was verkehrt gesetzt worden. Das kriegen wir aber gleich wieder hin. So, weg damit. So, 14 Stück haben wir noch. ...für jeweils oben und unten. Sofern nicht... Ah, ne, wir haben sogar noch mehr hier. Ne, 14... Ja, 28. Oben 14. Unten 14. Aber es sind doch noch mehr. Da geht ja doch einiges dann hin. Also, wir sind mit dem Quarz... Äh, sind wir echt schneller... ...als mit der Wolle. Also, nur geregenfügig. Obwohl, doch, wir sind jetzt weiter. Hier von der blauen Wolle haben wir da vorne aufgehört. Mit der anderen da. Aber wir haben ja auch an anderer Stelle schon blaue Wolle. Da vorne. So, haben wir noch was da? Ne, graue Wolle schon, aber das nutzt uns ja nichts. Äh, dann laufen wir nochmal nach vorne. Ja, komm, wir sind erst bei der Hälfte. Da muss ich jetzt nicht nach vorne laufen. Ne, wir sind erst bei der Hälfte. Ungefähr. Okay, gut. Wir machen einen... ...einen neuen Turnus. Dies und Erde... Kann man da hinsetzen? Die Schere, Moment mal. Ja, das reicht noch nicht. Okay, aber ich will gerne erst mal schlafen. Das heißt... Gehen wir ins Lager. Legen wir uns da hin. Geht jetzt am schnellsten. So, zack, ab ins Bett. Und dann werden wir die... ...die Dings auswechseln in Richtung... ...Äh, Zollstation. Achso, ist ja schon morgen. Ist ja schon Tag. Sehr gut. Ich habe genau gezielt. Diesmal war es Absicht. Oh, was ist das? Da ist ein... ...ein Stück Karte ist da weggegangen. Keine Ahnung wieso. Fehlt einfach. Ist kaputt gegangen. Ja, ich glaube, ich werde das nicht erneuern. Ah ja, das brennt ja, weil es unterm... ...unterm Baum steht. Joa, nö, die Ratte tut mir nix. Okay, wir machen das jetzt wieder... ...ich würde sagen, genauso wie vorhin. Das ging eigentlich ganz gut. Haben wir denn jetzt auch noch hier an der Seite irgendwo was? So, das da vorne haben wir ja alles schon gemacht. Genau. Hier. Ne, hier ist nichts. Ich glaube, da stand mal was. Aber... Ah, da hinten. Guck mal, da. Da steht was. Aber das ist nur dieser eine da. Den machen wir jetzt einfach komplett fertig. So, umschalten. So. Jetzt brennt ja... Ja, gut, weil der unterm Baum steht. Okay. Soll es so sein. Okay, so, das hier. Naja, dann da. Ach, ich laufe jetzt einfach mal auf der einen Seite nach vorne. Auf der anderen zurück. Ob wir das jetzt alles... Ah, nee, wir werden wahrscheinlich gar nicht genug... ...von diesen... ...ähm... ...Leuchtedingern haben, von den Sensor... Ja, wohl... Na, es könnte genügen. So, haben wir da draußen eigentlich auch welche? Ja, da haben wir auch welche. Hm, die könnten wir aber so lassen, oder? Doch, die will ich lassen. Die sollen immer brennen. Das ist okay. Gut, dann auf der Seite wieder zurück. Sieht total kahl aus da. Nee, das sieht nicht schön aus. Also, ich bin gespannt, ob das reicht hier mit den Sensoren. Ich werde es spannend machen und die zum Schluss draufsetzen. 33 haben wir noch. Hm, also... Ja, ich glaube, das reicht knapp nicht. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Wir werden es alles sehen. So, aber jetzt kommt erst mal hier... ...und das hier. Machen wir auch so auf diese Reihe... Ich... genau. Aber auf diese Weise meine ich. Äh, ich gehe da auch wieder so... ...de Reihe nach vor. Und wenn wir das haben... Oh, das ist ja gut. Dann können wir nämlich schon anfangen beim nächsten Mal dann mit dem Weg nach Oberkleinwieselberg. Das wird noch lange genug dauern. Bis wir dann da sind. Da haben wir schon noch einiges zu tun. Aber auf jeden Fall... Es sind ja diese... Diese... Diese kleineren... Diese kürzeren Abschnitte alle mal fertig. Ach so, naja... Wir haben ja noch den... Den Abschnitt rüber zum... Zum Agrarplatz. Genau, das fehlt auch noch. Der ist kürzer als der nach Oberkleinwieselberg. Deswegen würde ich den dann... Äh, auch noch zuerst machen. Boah, jetzt kriege ich auch richtig Hunger. Also jetzt, ja... In Minecraft auch. Aber auch in echt. Ja, ich habe am Samstag... Das heißt... Na, gar nicht wahr. Am Samstag... Am Freitag... Am Freitag habe ich ziemlich viel gegessen, ja. Am Samstag... Auch recht viel. Aber schon deutlich weniger. Und, äh... Ja. Das reicht dann auch mal wieder. Ich kriege ja heute sowieso noch was. So, weg damit. Dann machen wir das gleich wieder mit... Ah, das ist einer zu viel. Aber das sehe ich ja dann. So, einer... Fehlt noch. So, machen wir das mit Erde zu. Was ist das? Ach, das ist... Das ist jetzt ein Huhn drin. Ja gut, dann müsste das Huhn eben erst raus. Aha, das ging von der Seite. Und dann hier noch. Jetzt mache ich doch erst die wieder. Ach, da war das Huhn. Ja, okay. Und das hier... Das stimmt. Das da fehlt ja auch noch. Das da... Äh... Habe ich das denn wieder zugemacht? Joa, das habe ich schon wieder zugemacht. Okay. Das da ist aber noch... Oh. Was haben wir denn da? Äh...